Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Boldo, auch bekannt als Poemus boldus, ist eine immergrüne Pflanze, die in den gemäßigten Wäldern Chiles und Perus beheimatet ist. Seit Jahrhunderten wird Boldo in der Naturheilkunde für seine vielfältigen gesundheitlichen Vorteile geschätzt. Die Blätter des Boldostrauchs enthalten eine Vielzahl von Wirkstoffen, die für ihre heilenden Eigenschaften bekannt sind. Einer der Hauptwirkstoffe in Boldo ist das Alkaloid boldin. Boldin wirkt krampflösend, entzündungshemmend und leberschützend. Diese Eigenschaften machen Boldo zu einem vielversprechenden Naturheilmittel bei verschiedenen Erkrankungen. Boldo wird oft zur Unterstützung der Leberfunktion eingesetzt. Aufgrund seiner choleretischen Eigenschaften kann Boldo die Produktion und den Fluss von Gallenflüssigkeit fördern, was die Verdauung unterstützt und die Leber entlastet. Menschen mit Verdauungsproblemen wie Blähungen, Völlegefühl und leichten Magenbeschwerden können ebenfalls von Boldo profitieren. Darüber hinaus wird Boldo aufgrund seiner harntreibenden Eigenschaften auch bei Harnwegsproblemen eingesetzt. Es kann helfen, Harnwegsinfektionen zu behandeln und die Nierenfunktion zu unterstützen. Die antioxidativen Eigenschaften von Boldo machen es auch zu einem potenziell wirksamen Mittel gegen oxidativen Stress im Körper, der mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Es ist wichtig zu beachten, dass Boldo in hohen Dosen toxisch sein kann. Daher sollte es immer unter Anleitung eines erfahrenen Naturheilkundlers oder Arztes eingenommen werden. Insgesamt zeigt Boldo großes Potenzial als naturheilkundliches Mittel bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen, insbesondere Seuchen, die Leber, Verdauung und Harnwege betreffen. Seine vielfältigen Wirkstoffe machen es zu einer interessanten Option für diejenigen, die nach natürlichen Heilmitteln suchen. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Boldo und seine gesundheitsfördernden Eigenschaften zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!